Hallo zusammen, ich bin Dominik Blum, im ersten Lehrjahr als Automobilfachmann Richtung Nutzfahrzeuge. Ich arbeite bei der Auto AG Group beim Standort Rotenburg. Ich werde euch heute meinen Berufsalltag ein bisschen näher bringen und das schauen wir uns gleich mal zusammen. Bei der Auto AG Group haben die Lernenden einen eigenen Schulungsraum. Hier bin ich gerade ein Schema am Zeichnen, das ich nachher direkt auf unserer Lernbox aufstecken und ausprobieren kann. Hier seht ihr mich gerade beim Wechsel des Getriebeöls. Das macht man bei jedem Service oder in diesem Fall bei einer Reparatur. Besonders an meinem Beruf gefallen mir die Arbeit an den Nutzfahrzeugen. Zudem gehören die Lastwagen und auch die Kleintransporter. Mich fasziniert die Technik, die dort dahinter steckt. Als Automobilfachmann geht man ins BBZB Luzern in die Schule. Und man hat im ersten Lehrjahr eineinhalb Tage Schule. Im zweiten und im dritten Lehrjahr nur noch einen Tag. Die Hauptfächer sind Abu und Berufskunde. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick gehabt in meinen Berufsalltag als Automobilfachmann Richtung Nutzfahrzeuge. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt ihr euch doch bei der Auto AG Group. Und die Vielen Dank.